Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic und zwar heute mit den Farmspots wieder. Wir wollen uns heute mal anschauen, wo wir denn die meisten von den Kräutern farmen können und das ist im Endeffekt schon ganz einfach, nämlich im Scholazarbecken einfach außen rum fliegen und da können schon vier Kräuter vorhanden sein. Ich mache mich jetzt auf dem Weg und dann schauen wir einfach, was wir dort finden können. Ja und dann befinden wir uns hier schon im Scholazarbecken. Wenn man von der Eiskrone zum Beispiel runterkommt, kann man hier über die Lawine hier runter zu den verlorenen Landen fliegen und kann dann hier entgegengesetzt des Uhrzeigersinns zum Beispiel seine Runden drehen. Wir werden jetzt mal eine Runde drehen und schauen, was danach rauskommt, wie lang die Runde dauert und dann nochmal, was ich am Ende von einer halbstündigen Farmsroute so zusammenbekommen habe. Los geht's! Ja, die Uhr läuft. Man bekommt hier im Scholazarbecken den Goldklee, die Tigerlilie, die Brennnessel aus den Pflanzen nebenbei mit und natürlich die Schlangenzunge. Diese vier Kräuter sind hier erhältlich. Zufällig kann natürlich immer noch ein Frostlotus mit drin sein. Das sind so diese Möglichkeiten. Kristallisiertes Leben, wie ihr es hier seht, ist natürlich auch immer noch möglich, das zu bekommen. Braucht man ja auch für ein paar Tränke, Inschriftenkunde und so weiter und so fort. Was man hier nicht bekommt im Scholazarbecken ist natürlich Eisdorn und Lichtblüte, aber die kann man ja nebenbei oder hauptsächlich dann in der Eiskrone beziehungsweise in den Sturmgipfeln erformen. Dann fehlt quasi nur eine einzige Pflanze, die wir bisher noch nicht kriegen konnten und das ist Talantrasrose. Die findet man vor allen Dingen in Zuldrak, im südlichen Zuldrak, also wo noch kein Schnee liegt. Da kann man die noch mit farmen, sollte das notwendig sein. Ansonsten, ja, einfach eigentlich so außen herum fliegen, nicht ganz nah an den Gebirgen, aber schon im äußeren Bereich. Da sind mit die meisten Pflanzen vorhanden. Wenn ihr GateMate 2 Addon drauf installiert habt, dann wird sich hier auch schnell eine Route für euch etablieren. Was man hier, jetzt habt ihr es gerade so ein bisschen oberhalb von mir gesehen, da fliegt er auch schon. Was man hier allerdings sehr viel findet, sind die ganzen Bots, die hier rumfliegen und Kräuter beziehungsweise Erze sammeln. Es ist immer ein bisschen Tageszeit abhängig, wann man denn farmt. Aber, ja, man kann es halt nicht ganz verhindern. Hier vorne baut einer Erz ab. Ich glaube, das dürfte aber ein normaler Spieler sein. Der war sogar Stufe 70, also kann man hier auch mit Stufe 70 oder Stufe 68 schon farmen. Muss halt ein bisschen bei den Mobs hier aufpassen, besonders wenn man jetzt kein Schuriker oder Droide ist. Fürs Kräuterfarm eignet sich an sich der Droide mit am besten. Man kann sich jederzeit aus dem Kampf zurückziehen, beziehungsweise mountet man ja fürs Kräutern überhaupt nicht ab in der Fluggestalt, sondern kann dann einfach nach oben fliegen, sollte irgendwie mal einen Gegner einen attackieren. Ja, und wir haben die Hälfte der Runde fast schon geschafft. Im Endeffekt, hier war der andere schneller. Das passiert halt immer mal. Im Endeffekt dauert die Runde so zwischen 5 und 6 Minuten, je nachdem, wie viele Kräuter ihr auf dieser Runde bekommt. Es ist aber immer so, dass ihr schon einiges an Kräutern einsammeln könnt pro Runde. Also ihr fliegt dann nicht irgendwie eine gesamte Runde, ohne irgendwelche Kräuter zu bekommen. Auch zu Spitzenzeiten. Da wird es ja dann nochmal hochgefahren. Ein Vorteil bringt es, wenn ihr im Schulazarbecken die Questreihe zwischen den Orakel und den Wildherzen nicht angefangen habt, weil da sind beide Fraktionen euch neutral gegenüber. Und da ihr in diesen Gebieten so ein bisschen mit rumfliegt und da die Kräuter sammelt, macht es Sinn, da noch keinen Ruf zu farmen auf diesem Farmjar. Und ansonsten wäre euch eine Fraktion halt feindlich gegenüber und würde euch dann angreifen, wenn ihr gerade da ein Kraut einsammeln wollt. So, jetzt sind wir schon im südlichen Teil, an diesem, ja, sandähnlichen Areal. Da findet man viele Tigerlilien. Und jetzt haben wir noch einen großen Abschnitt bei den ganzen Wespen und Uran-Utans. Da gibt es auch nochmal sehr viele Kräuter, die verteilt zu finden sind. Deswegen braucht man hier immer mal ein bisschen mehr Zeit. So, von den ganzen Wespen geht es jetzt hier zu diesem, ja, zum Affenareal. Und ihr seht schon auf der Minimap sogar mal ein neues Kraut mit aufgetaucht, was ich noch nicht aufgedeckt hatte. Ja, und auf der Minimap seht ihr schon, dass hier sehr, sehr viele Kräuter auf diesem engsten Raum zu finden sind. Ja, und nach ungefähr 5,5 Minuten, kann man sagen, 5,5 bis vielleicht 6 Minuten, hat man dann ungefähr eine Runde hinter sich gebracht. Hier in diesem Areal, wo wir jetzt sind, nahe der Worte der Schöpfer, da sind halt keine Kräuter zu finden. Da sind lediglich vielleicht ein paar Erze zu finden, aber im Endeffekt ist das der Aufstieg, den man dann machen kann, um wieder in die Eiskrone zu kommen. Ich werde jetzt mal ein bisschen skippen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich nach einer halben Stunde die Taschen hoffentlich voll habe. Bis gleich. So, nach ungefähr einer halben Stunde habe ich jetzt hier 5 Runden abgeschlossen, mal die Uhr gestoppt und jetzt schauen wir uns doch mal an. Also wir haben 4 bis 5 Stacks Schlangenzunge, 2, 3 Stacks Goldklee, Tigerlilien, ein bisschen was Brennnesseln, 3 Frostloti und dann so 3 bis 4 Äonenleben. Also kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen für eine halbe Stunde, wenn ich sage in einer Stunde oder sagen wir in 2 Stunden könnte man ungefähr vielleicht mit einem Stack Äonenleben rechnen und etlichen dieser 4 Kräuter. Dann hoffe ich euch hat dieser Farmspot, ist eigentlich weit bekannt, aber schaut einfach mal vorbei. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns was anderes, was derzeit aktuell ist, ansehen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.